Was uns am Rüdersport besonders fasziniert, ist die Kombination der physischen Komponenten, la mentalité dans le sport, die Bewegung im Boot und all das kombiniert in der Natur. Dans notre bateau, notre force, c'est l'esprit d'équipe et la communication. Um im Boot sport ganz weit vorne dabei sein zu können, braucht es auf jeden Fall die mentale Stärke, beaucoup de discipline, die Leidenschaft des Ruders und natürlich ganz viel Watz. Unser Saisonhighlight als Team war im Jahr 2021, dass wir Junioren und Weltmeisterinnen werden konnten. Wir freuen uns mega für den Sporthefennachwuchs nominiert worden zu sein. Es wäre für uns eine riesige Neheteil zu gewinnen, zum einen wenn wir ein super Team sind, zum anderen wäre es auch eine riesige Auszeichnung für den Rudersport. DoSens. Und wir wollen den Gäste für euch! Untertitelung des ZDF, 2020